Bist du ein Fake People und bist auf Social Media und versuchst Hochpreiskunden anzuziehen durch dein Social Media Account? Das wird nicht funktionieren langfristig und ich kann dir jetzt auch sagen warum. Wer sind überhaupt Fake People? Das sind Leute, die sich als jemand anderes ausgeben, als sie tatsächlich eigentlich sind. Du kennst es bestimmt entweder aus einer spirituellen Seite oder einfach allgemein, dass man keine Maske aufhaben soll, dass man sich selbst sein soll und das hat auch wirklich einen Grund, wieso das jeder sagt. Denn alle Menschen sehnen sich nach Authentizität und wollen echte Verbindungen eingehen und wenn jemand nicht ganz sich selber ist oder Fake ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Person irgendetwas zu verbergen hat. Das passiert alles unterbewusst und das merken Menschen. Und um mal eine harte Wahrheit auszusprechen, Menschen, die etwas wohlhabender sind oder auch Frauen, die sehr gut aussehen oder auch Menschen, die berühmt sind und in der Öffentlichkeit stehen, merken sowas unterbewusst noch viel schneller als, ich sag mal, der normale 0815-Mensch, weil die einfach darauf trainiert wurden. Eine Frau kriegt am Tag zehnmal Angebote. Eine Person, die berühmt ist, kriegt zehnmal am Tag Anfragen, ob eine Zusammenarbeit entstehen soll, ob man ein Foto machen kann, ob man irgendwie von der Person profitieren kann. Und genauso ist es auch bei reicheren oder wohlhabenden Menschen. Die kriegen auch die ganze Zeit Anfragen, weil viele Menschen, die nicht auf diesem Famous- oder Cash-Level sind, wie wohlhabende Menschen oder berühmte Menschen, unbedingt da näher rankommen wollen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du als Personal Brand auf deinen Social-Media-Profilen kaufkräftigere Kunden anziehen möchtest, Menschen mit einem größeren Geldbeutel, dann ist es noch viel wichtiger, dass du keine Maske aufhast, dass du so bist, wie du bist und nicht versuchst, auf Krampf jemand anderes zu kopieren. Menschen, die fake sind oder nicht sich selber sind, erzeugen zwar oberflächlich Aufmerksamkeit, aber können niemals eine loyale Bindung vor allem zu Hochpreiskunden eingehen, weil ihnen in Unterbewusst angemerkt wird, dass sie nicht das leben, was sie versuchen zu verkörpern. Fake-Leute erkennt man daran, dass sie die Designsprache in ihren Videos oder auf ihrer Website oder Landingpage einfach kopieren von ihrer besseren Konkurrenz, die gleichen Animationen benutzen, die gleichen Emojis benutzen, aber auch, wie sie sprechen, wie sie sich anziehen oder was sie ansonsten von sich geben. Das passt nicht zu ihrem Lifestyle, das, was sie zum Beispiel auf Instagram-Stories von sich posten oder auch einfach mit den einsehbaren Zahlen ihres Unternehmens nicht übereinstimmen. Da sind wir auch schon bei Punkt 2. Wenn du die Möglichkeit hast, bei North Data, bei LinkedIn oder auch bei der Kreditreform nach Zahlen oder nach geschäftlichen Verbindungen zu gucken, dann fällt da sehr schnell das Kartenhaus zusammen von Menschen, die sich anders geben, als sie wirklich sind. Menschen, die selber erfolgreich sind oder die etwas wohlhabender sind, erkennen sofort, wenn etwas nicht ganz passt. Und das sind meistens ganz kleine Details, auf die man selber vielleicht gar nicht so Wert legt, weil man denkt, es ist nicht so wichtig, wo andere Menschen aber unterbewusst direkt merken, ah, okay, hier ist irgendwas faul. Zum Beispiel, wenn jemand overdressed ist, wenn jemand in einem Anzug ist, mit Krawatte, alles ganz fresh und am besten hier noch so ein gefaltetes Taschentuch in der Tasche hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person sich nur so angezogen hat, um auf eine bestimmte Art und Weise zu wirken und nicht, weil sie wirklich, ich nenne es mal so, elitär ist. Deswegen, wenn du dich fragst, wie du rüberkommst auf Social Media, egal ob es in deinen Storys ist oder auf YouTube-Videos etc., guck, dass du wirklich das verkörperst, was du auch lebst, dass du dich so anziehst, dass du so sprichst, dass deine Umgebung auch so aussieht, nach dir wirklich. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, wenn du als Personal Brand für etwas Bestimmtes stehen möchtest oder stehst, auf Social Media vor allem, dann musst du das natürlich auch wirklich so leben. Du kannst nicht privat irgendwie so sein und auf der anderen Seite dann darauf achten, okay, jetzt bin ich in meiner Unternehmerrolle, jetzt stehe ich für das und das, jetzt muss ich mich so und so kleiden. Das geht nicht, weil da merkt man die Diskrepanz. Bedeutet, wenn du für eine bestimmte Sache und für dich und für dein Unternehmen oder deine Selbstständigkeit stehst, dann muss das aus einem Fließband kommen und darf nicht trennbar sein. Das ist tatsächlich relativ einfach, wenn wir zum Beispiel auf einem Dreh sind, wir erkennen direkt, okay, wirkt das jetzt so, wie es auch in echt ist und dass es auch wirklich so rüberkommt, als wäre es so oder ist das Ganze zu over the top und irgendwas in den Details stimmt nicht. Bedeutet, wenn deine Expertise und deine Werte und deine Geschichte nicht das ist, was du vorgibst zu sein, dann arbeite daran, dir eine richtige Geschichte aufzubauen, mehr Expertise zu bekommen in dem, was du wirklich tust und für dich auch Werte herauszuarbeiten. Da ist deine Zeit auf jeden Fall besser aufgehoben, als wenn du versuchst, mit Menschen Kontakt zu knüpfen, zum Beispiel über andere Kontakte, um zu versuchen, ein gewisses Bild von dir, deinem Business und deinem Leben aufrecht zu erhalten, obwohl es in echt eigentlich gar nicht so ist. Und das ist, by the way, der einzige Weg, bei dem du langfristig auf Social Media als Personal Brand erfolgreich sein kannst, weil vor allem höherpreisige Kunden direkt merken, wenn du nicht das bist, wofür du stehst. Also hör auf, dich so zu verkaufen, wie du gerne wärst, sondern eben so, wie du bist. Das spart dir einen Haufen Energie, die du auf jeden Fall nutzen solltest, um in deine echte Expertise zu investieren, damit du langfristig echt gute Ergebnisse bringen kannst und Vertrauen schaffst. Vertraue dir selbst, auch wenn es ein bisschen dauert. Sei du selbst. Werd in deinen Fähigkeiten, in deiner Persönlichkeit und auch in deiner Story besser oder attraktiver. Wenn du selber nicht genau weißt, ob du so wirkst, wie du auch wirklich bist, dann geh auf e-comfilms.de, da können wir in einem kurzen Telefonat herausfinden, ob und wie wir dir weiterhelfen können und auch das, was du bisher tust und wie du dich gibst, macht das überhaupt Sinn und abonniere auf jeden Fall den Kanal, um durch deine Personal Brand und dein Social Media Game mehr Kunden zu akquirieren und mehr Geld zu verdienen. und wie du dich gibst,